Es ist schwierig. Ich habe vor drei Monaten schon gesagt, die Spieler, die jetzt da sind oder mit den Spielern, es ist schwierig, den Abschließkampf zu bestreiten. Das habe ich vor drei Monaten schon gesagt von ihrer Spielweise. Und da ist mir zu wenig Temperamente bei den Spielern und auch die Laufbereitschaft. Es ist mir einfach zu wenig für den Abschließkampf. Gut, okay. Ich hoffe, dass sie noch die Punkte holen, damit sie wenigstens in der zweiten Liga bleiben. Würde sie das reizen, die Löwen noch mal zu retten? Das sind die nicht beantworten. Entscheidend ist jetzt der Trainer ist da. Nur am Trainer kann es ja auch nicht liegen. Aber wenn Werner Lorand, wenn sie mal einen Rufen würde, würden sie sagen, meine schöne Aufgabe. Jetzt habe ich keine Zeit. Jetzt habe ich im Moment keine Zeit. Dankeschön, Werner Lorand. Bitteschön, passt schon an.